Hallo ihr Lieben, ich bin gerade daheim angekommen und ich ziehe mir gerade den Mantel aus. Sorry, ja, ich lege euch ins Auf. Entschuldigung. Ja, wir sind doch alle irgendwie doch in Gedanken mit diesem Corona-Ding. Ja, auch wenn es eigentlich wie eine größere Grippe ist und trotzdem sind es immer mehr. Und also hier in Wien ist jetzt einfach wirklich Ruhe angesagt. Keiner geht, fast niemand geht morgen arbeiten. Ja, es ist wirklich still auf den Straßen, wird es sein. Lebensmittelgeschäfte haben irgendwie auf, aber ansonsten... Sorry, ich bin gerade nach Hause gekommen. Ich muss jetzt einfach mein Zeug hier irgendwie aufhängen und so. Aber egal, ich kann ja trotzdem mit euch quatschen, bevor es irgendwie verloren geht, was ich sagen wollte. Naja, und jetzt ist ja erst mal Ruhe angesagt. Und es dürfen noch nicht mal zwei Leute auf der Straße rumlaufen, sondern man muss alleine rumlaufen auf der Straße, wenn man rausgeht überhaupt und sonst halt sich ruhig halten. Wirtschaftlich kann das natürlich eine Katastrophe werden, ja. Also da hängt ja ganz, ganz viel zusammen. Und ich habe halt versucht, da medial reinzuschauen. Und ich werde auch wahrscheinlich ein Orakel dazu machen, zu der Corona-Geschichte. Ich glaube jetzt nicht, ist da... Ja, egal. Also ich meine, wir wissen nicht, wie schnell sich das verbreitet, was da los ist. Also ob wir überhaupt einen Impfstoff noch generieren können so schnell. Äh, oder das überhaupt so erforscht wird so schnell, etc. P.P., ja. Ähm, die Leute machen Hamsterkäufe wie bescheuert. Da kann man zwar drüber lächeln, aber vielleicht, wer weiß, was passiert. Wir wissen überhaupt nicht, wie sich das aufbreitet und nix. Und ich muss euch ehrlich sagen, also ich habe jetzt... Ähm, ich kriege ja so Messages von der geistigen Welt, ja. Ähm, ich habe eben eine Frau gesehen, vor meinem geistigen Auge. Und die hat mich so angelächelt und hat gemeint, es wird einfach nur eine ruhige Zeit. Nicht so eine Katastrophe, sondern einfach nur so eine ruhige Zeit. Ähm, das Gefühl hatte ich davor auch schon. Vor diesem Bild von der Frau. Das ist nicht das schönste Video, ne. Komm, hier Kaffeekante, das ist doch fast ein schönes Motiv. Nein, Spaß. Ähm, ihr kennt meine Videos. Ja, ich will was sagen und dann sage ich euch das, bevor ich da jetzt irgendwie groß dran rumschneide. Ist ja die Message weg und so. Ähm, ja. Äh, es wird einfach eine ruhige Zeit und es wird keine Katastrophe geben. Das ist jetzt erstmal so das, was ich jetzt reingekriegt habe. Ja, also so... Take it easy erstmal, wir werden sehen. Und ich denke, ich werde ein Orakel dazu machen. Ich muss nochmal schauen, ob ich es wirklich machen möchte. Je nachdem, ja. Ich weiß nicht, was für einen Impact es dann hat. Oder ob das noch mehr Angst macht als... Oder wie auch immer. Ähm, das will ich jetzt nicht versprechen. Ich wollte es einfach nur mal raustun. Die Message, die mir reingekommen ist. Und wir sind einfach mal gespannt. Ja. Ähm, ja, das war's. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ähm, ich werde jetzt schlafen. Und mal gucken, wie sich die Welt weiterdreht, ja. Mal schauen. Okay, ciao. Und danke fürs Liken, Teilen meiner Videos, wenn du findest, dass das vielleicht Relevanz haben könnte. Oder jemanden beruhigen könnte oder sowas. Und auch danke fürs, ähm, Abonnieren meines Kanals, falls du dich sehr für Spiritualität interessierst. Ansonsten mache ich auch sehr viel Kunst. Und, ähm, immer mal so einen musikalischen Beitrag. Ja, ich grüße euch. Tschüss, die Michelle, die...